Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Warcry immer noch in dem Sturzpunkt schwer einzunehmen irgendwie fast geht geht fast nicht die Musik stört voll muss ich sagen man hört die Steps nicht weil die Musik so laut ist so nervig besser 1 Los geht's! Verstappen! Los! Dann diese! Was ist er los? Verstappen! Nicht attack! Da drüben! Hoch! Hoch! Scheiße! Dani! Da kommt ein Panzer in deine Richtung! Auf Rendino! Entschuldigung! Entschuldigung! Verstappen! Oh, ein paar Krähen! Ich komm hier irgendwie nicht vorwärts. Es gibt doch keine Moni mehr bald. Natürlich! Hier runter! Ich hab keinen Sichtkontakt! Voll zwei Panzer, was willst du denn da machen? Das ist eigentlich keine Chance. Alles klar! Ziel verloren! Da, da, da! Da, da! Da, da, da! Ja! Ja! Gönne! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So weit runter wollte ich gar nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh. Oh, oh. Oh. I'll navigate both. Oh! auch noch eine wie geht die panzerplatte ich dachte nicht so lange der hand halten ok schlüssel für was aha Was hat mich gesehen? Oh, das ist ein Primois. Der Panzer wegknallt. Hey, endlich. Hat ja auch gedauert, das Ding hier. Oh, das war eine schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt, so richtig schwer. Oh, das war eine schwere Geburt. 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 Oh, auch jetzt. Da in Ruhe runter gehen. Und looten. Treppen hoch. Panzerketten. Lauter Panzermaterialien. Führt denn das hier hin? Also Türe. Wo geht es da raus? Aha. Wenn man halt die Geheimwege wüsste, dann könnte man von hinten rein büßen. Schauen wir mal. Ach ja, diese Bunker-Dings hier. Wo sind die ganzen Sachen? Stromline. Das haben wir alles, oder? Aha, aha, aha. Geiler geheim, Panzerbunker. Das sind schon Adolf-verdächtig. Falsch hier war ich gar nicht, oder? Hier ist ne Leiter. Aha, wo würde ich denn da rauskommen? Geil ich jetzt? Wo guck ich raus? Aha, nochmal so ein Geheimwege. Hinten, ey. Ach, voll auf den Arsch gefallen wieder. Geil ich noch an. Okay. Gehe ich mich nicht mehr aus. Gerade da. Da bin ich hoch, oder? Alle schön sammeln. Hier drüben. Hier drüben auch noch. Was machst du? Im Fuor Esperanza wird einer der Guerillakämpfer von Castillos Männern als Geisel gehalten. Kannst du helfen? Danke sehr. Oh, jetzt ist das Fleisch weg. Ich wollte das Fleisch. Uraro! Uraro! Hab ich alles gelüdet. Da ist noch was. Okay. Jetzt sind wir hier. Was machen wir denn jetzt? Schönes. Könnten wir denen da helfen? Oh, da ist der Neu. Den müssen wir gleich einnehmen, glaube ich. Und dann schicken wir uns wieder da her. Hier, hier. Hier, hier. Ist auch gut. Dann machen wir erstmal den. Moment. Jetzt. So, ja. 600 Meter. Volante! Volante! Ach, der kann ich jetzt das Zeug endlich verkaufen. Tauschen. Industriewerkstoff. Keine Ahnung. Für was ich Glas brauche, weiß ich auch nicht. Ach so. Oh, da. Oh, Scheiße. Ich habe gedrückt und gedrückt. Hallo. Was brauchst du? Ich brauche einen Fahrzeug hier. Ich brauche einen Fahrzeug hier. Ich brauche einenrollen. Can-A-A-Dot. Ich brauche einen Fahrzeug hier, nicht mehrmals als Man daqui, wo man muss den Gabge hat es gerneimportant. Ist nichtcićig. Meeren so jeden Berg待って, firmly in der ее Zeitung weiß ich alles! Das、... mica... São das, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der ist einfach zu stark gepanzert Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Panzer hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. So, der Panzer. Dann habe ich ihn doch eingenommen in den Schütz. Da ist doch keiner mehr. Oh Gott, der ganze Schluck. Los geht's dann! Liebe wahre Yarana! Wie ihr wünscht wird unser berühmter Tabak angebaut, um das Wundermittel wie die Eero herzustellen. Dieses Medikament spült Milliarden in unsere Wirtschaft und macht uns alle wein. Aber falsche Yarana wollen, dass wir scheitern und sie schrecken vor nichts zurück. Wir müssen sie finden, festnehmen und ihre gerechte Sprache zu finden, denn das Paradies muss beschreiben. General José Castillo, bin ein folter wahrer Yara. Hier auch. Wollen wir das noch machen? Das... Hier gibt es ein Mord. Hier gibt es ein Mord. Hier gibt es ein Mord. Was muss ich jetzt machen, dass ich den eingenommen habe? Hier ist doch keiner mehr. Oh, der Panzer ist doch immer da. Ich habe doch Y gedrückt, mein Gott. Ehrlich, ey. Schnell, schnell, rettet mich einer. Bitte, bitte. Komm schon. Komm schon. Oh Gott. Mein Gott, es kommt keiner. Mach sie Platz! Oh, guck mal einer mit der Panzer aus. Jetzt an! Next Panzer. Jawoll! So schaut's aus. Alles bald! Komm mal her! Ja... Du hast was für mich? Dani, wir haben von einer Vorratslieferung erfahren. Sei zuerst da. Wir könnten die Vorräte echt gebrauchen. Das weiß ich zu schätzen. Keine Ahnung. Mit dem Vorratsrät, das habe ich schon mal gemacht. Das haut irgendwie... Wo sollen die denn sein? Was hier? Ich habe jetzt den eingenommen. Ich könnte eigentlich gleich hier durchstoßen und den einnehmen. Der ist nicht weit weg, aber das ist wieder so ein... Gedöns. 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 Darf ich auch was? Du wirst mein Spielzeug brauchen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Spielzeug jetzt reicht mir auch. Level 9. Ui, da wär aus. Level 9. Rang 9 ist das. Rang 4. Wir gehen mal hier hin. Wir gehen uns ein bisschen... Bisschen easier alles ist zu machen. Ui. Versehen, es geht nicht! Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ich weiß nicht, was ich hier ist. und dann schnapp ich an die Steine. So, jetzt schnappen wir an die Steine. Halt! Was ist denn los? Halt! 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 Was ist denn los? Halt! Halt! Da schickt jemand! Jetzt bist du dran! Bingo! 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 Oh, nix das Auto holen! Ach, que... Esta isla se ha convertido en un infierno. Bingo! 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 Decolle de Carretela! Todos olvidan! Wee! Aber den Stutzpunkt sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs zu sehen.